Hallo und herzlich willkommen bei Aktien-Buddies und Damen und auch willkommen bei einer neuen Aktien-Show. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um vier Themen, die wir schon im Chart heute hatten. Das wären ASML, aber auch zum Beispiel L'Oreal, Netflix, die ja ziemlich stark abgestraft wurden und auch Nordex. Aber es gibt natürlich noch weitere Themen, wie zum Beispiel Twitter, da ist der öffentliche Streit noch weitergegangen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt heute wieder viele Top-Themen. Wir fangen jetzt mal ganz kurz an mit Continental. Die hatten ja angekündigt, ihr Geschäft in Russland mehr oder weniger aufzugeben. Das machen sie jetzt wieder rückgängig. Sie werden jetzt weiterarbeiten lassen und zwar in ihrem Reifenwerk, zwar nur lokal, also für das lokale Geschäft. Aber nichtsdestotrotz wird dort weitergearbeitet. Man hat das Ganze damit begründet, dass man gesagt hat, dass das Ganze sonst unfair im Prinzip den Mitarbeitern gegenüber wäre. Denen würde Konsequenzen drohen, wenn sie halt nicht mehr arbeiten und dementsprechend ist es so, dass man sich dafür entschieden hat, dass die Arbeit halt weitergehen wird. Kommen wir mal zu Rheinmetall. Die könnten vielleicht gute Nachrichten haben. Da ist es aber bisher noch ein Gespräch und zwar möchte gerne Litauen wohl mehr Radpanzer kaufen. Sie haben schon 88 Boxer gekauft. Eventuell sollen dort 120 weitere folgen. Man ist wohl mit einer Delegation in München und bespricht das dort gerade mit ein paar Herstellern, also unter anderem Rheinmetall, Atec oder auch KMW. Das also einmal dazu. Da könnte natürlich relativ viel Geld fließen, wie das Ganze dann genau aussieht. Das wird man dann natürlich sehen, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Erstmal ist nur eine Delegation los und da wird jetzt erstmal besprochen, wie das Ganze aussehen kann, wie schnell man liefern kann und dann wird sich sicherlich entschieden. Man hatte ja schon angekündigt, jetzt reagieren zu wollen. Man fühlt sich ja doch relativ bedroht und deswegen möchte man einfach mehr Geld jetzt fürs Militär ausgeben. Da spielt das natürlich auch unter anderem Rheinmetall in die Karten. Dann kommen wir mal zu Twitter. Der öffentliche Streit geht weiter, aber es gibt auch interessantere Informationen. Denn es ist so, dass Elon Musk wohl selber 15 Milliarden US-Dollar ausgeben möchte aus eigenem Kapital. Außerdem ist er wohl an Morgan Stanley laut Insidern getreten und möchte auch gerne von denen nochmal 10 Milliarden haben. Insgesamt sieht es dann so aus, dass er in knapp 10 Tagen, das ist zumindest das, was gemeldet wird, ein erstes Angebot vorlegen wird. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Es gibt natürlich große Gegenwehr von Twitter, die sogenannte Giftpille. Außerdem ist es generell einfach so, dass viele Aktionäre das nicht wollen. Da wird auch geklagt, die Sammelklage und insgesamt ist es natürlich ein riesiges Ding, was dort gerade hochgefahren wird. Wie es jetzt weitergeht, wird dann interessant sein. Kommen wir zu Netflix. Die sind nämlich bei minus 25 Prozent. Also die hat es ordentlich getroffen. Das liegt ganz einfach an den Quartalszahlen. Jetzt nicht mal unbedingt an dem Gewinn oder dem Umsatz, denn der Umsatz war eigentlich in Ordnung. 7,87 Milliarden US-Dollar Umsatz hat man gemacht. Erwartet waren 7,94 Milliarden US-Dollar. Also es ist schon in Ordnung. Der Gewinn ist zwar im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen auf 3 US-Dollar 53. Allerdings hat ein Analyst mit knapp 2 US-Dollar 90 gerechnet. Das heißt also, der Gewinn war sogar sehr, sehr überraschend. Was das Problem ist, sind die Abos, die Bezahlabos. Eigentlich hatte man sich wohl vorgenommen, 2,5 Millionen neue Abonnenten dazu zu bekommen. Geworden sind es dann halt tatsächlich gar keine, sogar noch schlimmer, 200.000 weniger als vorher. Und das ist natürlich wirklich problematisch für Netflix. Deswegen ist Netflix auch so stark unter Druck gekommen. Heißt also, die Zahlen an sich waren jetzt nicht so schlecht, aber das Abo-Wachstum, in Anführungszeichen, in dem Fall der Abo-Rückgang, ist doch sehr, sehr negativ aufzunehmen. Kommen wir zu L'Oreal, denn die haben ebenfalls Zahlen vorgestellt. Vor allen Dingen ist es interessant, dass sie selber daran glauben, was heißt glauben, aber weiterhin bestätigt haben, dass sie wohl besser als der restliche Kosmetikmarkt abschließen werden. Im Quartalsvergleich können wir sehen, man hat ein Wachstum im Umsatz von 14% auf knapp 9,06 Milliarden Euro. Analysten hatten davor knapp 8,8 Milliarden Euro geschätzt. Das heißt also, man hat doch deutlich besser performt, als bisher angenommen wurde. Fürs Gesamtjahr rechnet man also weiterhin mit einem starken Wachstum, aber nicht nur was den Umsatz angeht, sondern natürlich auch was den Gewinn angeht. Wir bleiben auch einfach in Europa, gehen aber mal rüber zu den Nachbarn, zu ASML. Die haben nämlich ebenfalls ein paar Zahlen vorgestellt und die sind sehr, sehr interessant. ASML ist darauf im Übrigen auch ziemlich stark angestiegen, weil es halt einfach sehr gute Nachrichten im Prinzip gibt. Man hat einen Auftragseingang von 7 Milliarden Euro gehabt. Insgesamt hat es damit den Auftragsbestand bis Ende März auf ungefähr 29 Milliarden angehoben. Die Sache daran ist, dass man bei ASML davon ausgeht, dass man sowohl dieses Jahr als auch noch das nächste Jahr sehr, sehr stark ausgelastet ist. Das heißt also, selbst wenn jetzt keine Aufträge mehr einkommen würden, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, ist man noch über die nächsten zwei Jahre oder anderthalb Jahre zumindest sehr stark ausgelastet. Das ist eine sehr positive Nachricht. Außerdem werden teils auch, bevor der Auftrag komplett abgeschlossen ist, Teile schon ausgeliefert, Maschinen schon ausgeliefert. Das heißt also, es wird aktuell wirklich Druck gemacht, damit dieser Chipmangel beendet werden kann. Also es wird schon schneller ausgeliefert als eigentlich bisher. Trotzdem sind diese Auftragsbestände halt einfach noch extrem groß und davon profitiert man natürlich auch und auch in Zukunft kann man davon profitieren. Aktuell prüft ASML, und das ist ebenfalls eine sehr gute Nachricht, auch nochmal, ob man die Produktionskapazitäten irgendwie hochschrauben kann im Laufe der nächsten Jahre und wenn ja, wie stark. Kommen wir wieder zum nächsten Nachbarn und das wäre in dem Fall dann Deutschland und zwar Nordex. Nordex. Nordex hat den Auftragseingang in den ersten drei Monaten, ich sag mal, veröffentlicht. 1,17 Gigawatt Gesamtauftragslage hat man. Das ist etwas weniger als im Vorjahreszeitraum. Dort waren es noch 1,25 Gigawatt. Aber das Gute ist, dass man tatsächlich um einiges mehr der Delta 4000 Variante im Auftragsbestand hat. Und das ist in dem Sinne sehr positiv, dass die sehr margenreich ist, beziehungsweise um einiges bessere Marge hat als andere Produkte. Dementsprechend positiv ist das Ganze auszulegen, auch wenn man dann tatsächlich einen leichten Rückgang hat. Insgesamt trotzdem sehr positiv. Ebenfalls möchte man natürlich die Gesamtmarge noch verbessern für das Gesamtjahr 2022 oder generell für die Zukunft. Dort ist man gerade noch am Arbeiten. Da wäre es natürlich vorteilhaft, um noch mehr Delta 4000 Varianten verkaufen zu können. Oder wenn man das könnte, aktuell ist die Aktie leicht im Minus, weil wie gesagt, der Auftragsbestand ist leicht zurückgegangen, wobei halt nicht so negativ, deswegen ist die Aktie auch nicht so stark im Minus. Und das war es jetzt auch mit der Aktienschau. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde es uns wirklich freuen, wenn ihr gerne abonniert, vielleicht auch die Glocke drückt und klar, wenn ihr die Charts sehen wollt, gerne auf unseren Zweitkanal vorbeigucken. Dort gibt es dann auch Sachen mit Trading. Könnt ihr gerne mal in die Videos vom Trading gucken. Würde uns ebenfalls freuen. Also macht das gerne mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuschauen.